Vor dem Hintergrund, dass Olaf Scholz auch gesagt hat, dass es haushaltsmäßig dünner wird in den nächsten Jahren. Uns ist es wichtig, dass wir bei unserer Linie bleiben und unsere Linie bedeutet schwarze Null, keine neuen Schulden, keine neuen Steuern. Wir wollen eine solide Haushaltspolitik auch in der Zukunft machen.